Fällt draußen jetzt der erste Schnee und zugefroren ist der See, dann ist sie nicht mehr weit, die schöne Weihnachtszeit. In den Häusern und den Stuben sitzen Mädchen und auch Buben. Hämmern, schnitzen, basteln, weben, um das Fest neu zu beleben. Geheimnisvoll scheint dieses Treiben, die Kleinen müssen draußen bleiben, nur der Glanz der vielen Lichter erhält im Dunkel die Gesichter. Die Neugier, die ist riesengroß, was ist nur in der Küche los? Plätzchen backen, Nüsse reiben, Stollen steht schon da, in Scheiben. Kaffeeduft zieht durch das Haus in den Winterwald hinaus. Das Herz fängt schneller an zu schlagen, zu eng wird mancher Hemden gragen, vielleicht riecht das der Weihnachtsmann und hält an unserem Hause an. Die Kinder können's kaum erwarten und halten Ausschau vor dem Garten. Die heilige Abend ist nicht mehr weit, der Höhepunkt der Weihnachtszeit.